Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hallo! Und nun geht es endlich Richtung Schloss Hyrule. Da haben wir uns schon mal hin teleportiert. In die Nähe zumindest. Naja, wir sind hier letztes Mal gestorben, ne? Ja? Ja. Na, das ist nicht passiert, ne? Ja, wir wollen noch ein bisschen auf Erkundungstour gehen im Schloss. Naja, wäre halt schade, wenn nicht, ne? Ja. Zum Beispiel diese Truhe hier. Guck mal, diese Truhe öffnen. Und zwar finden wir Bombenpfeile. Aber ich habe mir schon gedacht, bestimmt verteilen die im Schloss so viele Pfeile, weil du ja im Kampf gegen Gannon Pfeile brauchst. Ja, natürlich. Das habe ich mir so gedacht. Ja, du solltest Spiele-Designer haben. Ich weiß. So. Was geil ist, das zählt ja alles, wenn du nicht zu heilen. Die sind ja, hier ist ja das Dorf, was überrannt wurde. Ich möchte irgendwas Billigeres gegen die nehmen. Habe ich noch was Billiges gegen die nehmen? Ich kann mir auch den Säbel. Was hast du nicht mal gegen den Säbel? Du hast so einen gewissen Hass gegen den Säbel. Hast du noch einen Waffensteckplatz frei? Probier doch, den Moblenknochen noch mitzunehmen. Kannst du mit dem Moblenknochen kämpfen, den magst du auch so gerne. Ich finde den witzig. Ja, deshalb habe ich doch gesagt, du sollst mit dem kämpfen. Aber der ist zweihändig. Das will ein Hass aufnehmen. Ach so. Also zweihändige Waffen sind nicht blöd in Zelda. Wir wollten mehr Nachteile als Nachteile. War da ein Krug? Wo? Da waren eben Blätter. Wo waren Blätter? Als du da standst. Was? Was? Es gibt ja keine Blätter. Blätter sind eine Lüge, die das kapitalistische System... Und da fliegen die da einfach nur so rum. Ja toll. Was sind denn das für grüne Shinies? Was denn? Na die grünen Shinies, die da rumfliegen. Wow. Der Moblenknochen zerbricht gleich. Der ist auch nicht lange gehalten. Hm. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay. In den Türmen kann man sich voll kacke umsehen. Ja. Ist wahrscheinlich so gedacht. Ich verstehe auch nicht, warum da so... Sind die Zwischenteile alle weggebombt? Oder warum haben die so hässliche Türme? Wieso hässlich? Naja, weil es ist einfach nur so ein Loch. Was ist ein Loch? Der Turm. Was ist ein Loch? Was ist der Turm? Ein Loch. Oh, ein Loch mit zwei Leitern. Ach, da kann man nicht hoch. Ein Banner? Normal wäre dann Krog. Tja. Wenn ich ein Krog wäre. Das ist halt nicht alles normal. Die Jäger sind echt lästig geworden. Hat er sich grad von... Ja. Kann der schwimmen? Können Jäger schwimmen? Toll, der ist halt zerbrochen. Oh, so viel dazu. Hat er keinen Sichel? Ne, das war ein Bogenkämpfer, ne? Ja. Ich mag die Sichel, die die manchmal droppen. Also die, die die Sichel haben. Echt? Ich dachte, du magst dieses Luftschwert. Ja, das ist ja sowieso geil. Das ist ja wie das Master Sword für Arm. Ist das so? Er ist doch so. Warum ist es denn nicht so, bitte? Na? Na, weil... Keine Ahnung. Ich glaube, hier müssen wir uns kurz rivalien. Aber was meinst du zu dieser prekären Lage? Ne, ich glaube nicht, dass wir das hätten machen müssen. Wir hätten auch drum herumlaufen können. Und dann hätten wir das Gebäude da rechts nochmal. Wollen wir da mal reingehen, da wo das Wasser noch kommt? Ne, du kannst ja mit der Zora-Rüstung da hochschwimmen. Muss ich aber wieder runterspringen. Ja, und? Ist ja ein bisschen kontraierproduktiv. Oh, du nutzt das nie. Und es sieht cool aus. Ja, toll. Das ist eine Animation, die automatisch abspielt. Trotzdem sieht es cool aus. Danke für diese Höhle. Danke für diese Höhle. Ich glaube nämlich, man kann noch den Heiliger Schild bekommen. Echt? Hier ist eine Leune bestimmt wieder drin. Das ist jetzt bestimmt... Wie hieß das eine? Das eine war eins und das hier ist zwei. Zweite Wall oder so. Ja. Keine Lust da reinzugehen, da sterbe ich ja nur. Nein, 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 nein. Die Musik ist auch schon bedrohlich. Ich glaube schon. Ich weiß, was ist die... Der hängt... Der sah eben voll aus, als wäre da so ein Leitstein an der Decke. Das ist ganz ziemlich witzig. Da ist kein Bein. Ja, erst wenn du reinspringen willst. Wo soll der denn dann herkommen? Weiß ich doch nicht. Das fände ich jetzt echt schwach, wenn der dann auf einmal da ist. Ja. Oh Gott. Ja, du wolltest hier rein. Ich wollte nicht da rein. Natürlich wolltest du da rein. Was wolltest du? Ähm... Ich kann ja nicht mal warnen ihn, Alter. Scheiße, haben wir das Gebet verloren? Wenn du da erkunden wolltest. Ja, ähm... Kommt ja wieder. Toll. Das sah an, so wie eh tot. Von dem Ding da umgebracht. Was? War das? Hä? Hä? Irgendwas blitzt auf uns. Hä, was war das? Hä? Was war denn das? Ist so ein Monster hinter uns her? Na. Nö. Nö. Okay, da ist noch so ein Schießeisengerät. Und hier war auch eins. Okay. Kannst du das nicht mit Bomben? Das dauert ewig. Oder zündet er die wieder? Nein, das dauert einfach ewig. So. Es geht jetzt nicht besonders viel schneller mit dem Master Sword, oder man? Ohhhh... Oh Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Omoser bringt nicht ganz so viel. Ja, der ist vollkommen geschockt und greift uns nicht an. Weißt du, wie oft ich da sonst von weglaufen muss, bis das Ding in den Arsch geht? Ja, aber... Nichts ja! Das ist super gut. Ich frage mich, ob es gegen Gannon wird. Nein. Ich glaube nicht. Ja, aber wovor ist die Fähigkeit dann da, wenn sie nicht gegen Gannon wird? Wiss ich nicht zum Spaß haben gegen Bokobnans? Mhm. 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 Dafür ist es sicherlich da. Wie sollen wir eigentlich wieder volle Herzen? Weil wir eben volle Herzen hatten, bevor wir reingegangen sind. Der hat doch den Speicherstand von da geladen. Ach so, ja. Okay. Ich glaube, das bringt nicht ganz so viel, oder? Ist egal, ich muss mich nicht mit ihm auseinandersetzen. Ach. Kannst du vorspulen, meinst du? Okay. Lanky Boy, Master des Master Sword, schießt kleine Master Sword Blitze auf den Gegner. Das dauert nur eine Stunde. Und ich glaube, wir haben einen Winkel gefunden, in dem das Ding uns nichts anhaben kann und wir ihn einfach wegschnetzeln können. Wuhu. Ne, warte, das Problem ist, dass das Master Sword gleich schwächer wird. Kraft verliert? Ja. Kroll! Okay, das ist jetzt semi-effektiv. Na, dann mach noch mal eine Bosa bei ihm oder so. Ich könnte einen Outrock-Ballon nehmen. Das wäre echt witzig. Bup. Tschüss. Hat so eine Drohne mich geschockt? Das kann natürlich auch sein, aber das sah so grün aus. Grün. Ich dachte, Blitze sind gelb. Es sah aus, als hätte dein eigenes Elektroschwert dich geblitzt. Linky Boy zerstört diesen Typ. Warte, hier waren wir schon. Ah, hier ist Zelda's Gemach. Hm. Hm. Ich finde es witzig, dass die Teile wegfliegen, aber der Drop liegt halt einfach direkt da, wo er hochgegangen ist, ne? Ja, warum nicht? Das ist halt ein bisschen dämlich. Wir müssen ja noch die Kochbücher finden. Die Kochbücher. Ja. Die sind locker in diesem Speisesaal, wo die, wo die Moblins drin waren, wo ich beim ersten Mal, als ich in Schloss Hyrule war. Also nicht hier. Dieser blöde Moblin. Was zum Fick macht der da eigentlich? Er macht sich bereit zum Kämpfen. Ach, jetzt hat er erst gecheckt, dass ich hier bin? Ja. Sehr geil. Wow. Das war eine schwache Darstellung. Habe ich die Kisse letztes Mal nicht gesehen? War ja auch gut versteckt. Mittelmäßig. Ich weiß nicht. Ich habe nur diesen Bogen eingesammelt. Aber da stand, dass der schnell kaputt geht. Und wir kriegen ja eh den Lichtbogen am Ende. Mhm. Wow. So. Das Tagebuch haben wir ja schon gelesen. Auf jeden Fall. Nicht mal Zeldas Privatsphäre wird hier gewarnt. Oh Gott. Ich habe keinen Urboser, oder? Du hast keinen Urboser. Aber ich habe Daruks Schirm. Ja. Der wird gegen ihn. Ja, aber... Das meinte ich. Jetzt macht dich das Wächterlein fertig. Mach's gar nicht. Ich mach erst fertig. Vielleicht wird sich, wenn ich jetzt zurücklaufen gehen, ins Kacke lauf und sterbe. Ich muss noch was essen, aber... Ist halt die Frage, wir haben so viel Essen gehortet gegen Gannon eigentlich, ja, ne? Nein, noch haben wir ja mit was gebet. Okay. Ach, du hast immer noch die Zora auszuhören. Natürlich. Und die Drohne hierher? Nein. Das checkt sie nicht. Gut. Ich glaub... Ich glaub echt, das muss beim... Oh Gott. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Danke. Danke. Das ist schon nett von ihm so. Hat Gannon die da alle hingelockt? Das ist ja wieder der Drohnsaal. Da ist Gannon, ne? Ja, nee, wir müssen zu dem... Der ist da vorne diesem... Der ist relativ am Anfang des Weges. Wir werden halt durchs Tor reingehen können, oder? Ja, ich hab dir die ganze Zeit gesagt, lass den Weg lang gehen. Ich? So nicht. Ich hab's vielleicht nur gedacht. Du lückst wieder. Wie gedruckt. Gar nicht. Natürlich! Ich hab die gesamte Audioaufzeichnung von diesem Part, ne? Ja, aber ich hab's gemeint. Ich geh ihn nicht verwenden. Ja, gemeint. Ich hab auch so einiges gemeint. Und vielleicht hab ich's ja vor der Aufnahme gesagt. Ja, das zählt ja aber nicht. Das ist ja kein Beweis. Aha. Ist das im Gericht? Kannst du das nicht verwenden? Ja, und? Ja, wenn ich dich jetzt verklage, sieht's doof aus, ne? Solltest du mich verklagen? Vielleicht ist mir ja mal langweilig, dann soll ich... Lass mal meine Freundin verklagen. Und warum solltest du das tun? Na, weil mir langweilig ist. Ist aber nicht nett. Das macht man so. Das macht man nicht so. Doch, das macht man so in einer Beziehung. Warum ist so viel Kacke von Ganon? Weil hier Ganon lebt. Aber der muss doch nicht so viel scheißen. Er scheißt ja schon so viel in Hyrule. Ja, aber da hat er ja immer komische Augen rumliegen. Ja, und? Das mit dem Drachen war aber im Nachhinein echt witzig. Urbosers Zorn ist bereit endlich. 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 Urbosers Zorn. Wenn wir da in diese Eingänge sind, ist das alles Thronsaal? Ja, ja, es geht alles zum Thronsaal. Es ist alles besiegelt und obendrauf waren wir ja schon. Weil da gab es ja auch so drumrum um den Thronsaal noch Ordentlichkeiten. Aber das ist Korn? Sieht so aus. Aber Korn mag halt gerne nicht so gern. Ich stand gerade die ganze Zeit gerne ins Kacke und bin jetzt gestorben quasi. Ja. Haben wir noch mit was gesehen am Start. Toll. Krass. Ja, bevor ich jetzt Essen esse. Ja, okay. So, jetzt machen wir nämlich den Trick. Wir springen hier runter, fliegen dann wieder hoch. Und das ist echt schwach vom Spiel. Hast du gerade das Geschütz gesehen? Nee. Das da. Das ist erschienen und wieder verschwunden. So. Also das mit der Draw Distance. Und was ist da rechts in diesem Häuschen noch? Das, das ist ein Wall. Achso. Und dann können wir ja noch in das Häuschen da gehen mit der Fahne. Das ist auch ein Wall. Ich glaube zwar nicht, dass da die Kochbücher drin sind. Die Kochbücher sind da, wo ich es gesagt habe. Ja, aber den Ort hast du ja nicht gefunden. Wie? Ich laufe doch ja gerade hin. Achso. Ja. Was denkst du, was ich den ganzen Tag hier mache? Keine Ahnung. Ja. So sieht's nämlich aus. Ich muss bestimmt die Kiste da unten übersehen, wo nochmals dann Pfeile lagen. Keine Lust hier mal abgeschossen zu werden. Ja, erschieß mich doch selber. Ist das besser? Ach, war jetzt die Drohne? Ja. Ja. Ne, das nicht. So, wo sind wir jetzt? Wir sind ja ganz falsch. Ich glaube. Oder? So, da ist ein Wall. Da direkt vor uns. Mhm. Ach nee, das ist direkt unter uns. Oder? Was ist das? Du, keine Ahnung. Ich sag einfach ja oder nein. Nein. Okay. Okay. Das nehm ich mal als Ja. Also die Tonaufnahme sagt aber was anderes? Die kannst du ja nicht benutzen. Ach, und warum nicht? Na, weil das möchte ich jetzt noch. War das hier? Das sieht aus wie ein Haus. Okay. Hm. Wow. Das ist Bibliothek. Oh, wie cool. Da gibt's viele viele coole Sachen. Bibliothek ist gut für Kochbücher, oder nicht? Ja. Also, würde ich mal so sagen. Oder stand hier was bei der Quest dabei? Besiegt O'Granon. Du 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 du. Königliche Küche. Du 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 du. Im Schlachtheim gibt's immer noch Bücher mit alten Rezepten. Uh. Ich muss sagen. Ich weiß. Das ist so süß. Eisgroßschwer. Das wusste ich. Was ist denn das hier? Das ist cool! Also, ich sollte in die Bibliothek gehen, aber... Ich hab doch gesagt, das sind die Gänge. Es gibt doch noch mehr... Was?! Wo kam er auf einmal her? Uh! Stahlexalbogen. Das ist ja nicht so super. Poppenfall. Nice. Ne, wir müssen aber erst mal durch die Bibliothek gehen, und dann gehen wir da weiter, ne? Würde ich mal so sagen. Nein! Das war... semi-effektiv. Das ist doch habsichtlich gut. Ja, genau. Warum hüpfen die immer so eklig? Gebracht hat es ihm nix. Ja. Gebracht hat es ihm überhaupt nix. Hier sind ja Bücher. Nimm doch einfach das, das ist den Kochbuch. Wow! Mein Freund wurde da hinten umgebracht. Hm. Lass mal tan. Vielleicht sieht er... Oh, ich will was Witziges machen. Es wäre so witzig. Was denn? Es wäre so mega witzig. Es wäre so mega witzig. Wie sieht er mich denn bitte?! Das ist doch lächerlich. Ja komm her, ich bring dich um. Und deine Familie und sowieso alle. Wow. Die sind irgendwie nicht ganz so stark, ne? Ja, das Master Sword hat hier generell immer 60 Schaden, ne? Ja. Tri-X-Halbummerang, der muss doch besser sein als irgendeine einhändige Waffe, die wir... Ich kann doch die ganze Lanz einfach wegwerfen, oder? Ja, die nutzt du nie! Nee, weil die Pferde halt auch scheiße sind, ne? Du hast die Feuerlanze wieder aufgenommen. Das weiß ich. Darf ich sie woanders hinlegen? Ja, aber du hättest ja vielleicht noch Reiten üben sollen von Gegenkern und Kinds. Hat da einer grad gerufen? War da ein Apfel drin? Und da liegen doch ein Pfeil. Ein Pfeil und ein Apfel. Was? Ich glaub, ich werd verrückt. Hm. Aber ich seh hier irgendwie nichts zum A drücken bei den... Ja. Bei den Bücherregalen. Oh, Röstbar. Den nehmen sie mit. Ist das irgendwas? Ne, ne? Oh, das sind Türen. Türen sind zum Öffnen. Ne. Das ist eine Fehlinformation. Türen sind zum Geschlossen halten. Mhm. Am Ende kommt Ganon rein und dann? Dann kämpfe wir gegen ihn. Und verlieren. Willst du bitte gegen die verlieren? Gegen Ganon? Das schaff sogar ich gegen die hier. Und ich meine... In den Kommentaren ist oft genug zu lesen, dass ich kacke bin. Das ist übrigens nicht nett. Stürb. Oh. Me, gennen das eigentlich? Nein, das ist wie bei Voldemort. Achso. Der spürt das ja auch nicht in einem seiner Seen. Obwohl im Film sieht's aus, als würde er es spüren, ne? Ja. Ist aber gar nicht so, das ist voll die Lüge. Ja, die lügt alle. Was ist das denn? Mann! Ich komm immer auf einen komischen Weg, den gar nicht geplant ist. Mhm. Und dann find ich Wildbär. Immer dasselbe Muster. Ich glaub, da geht's einfach nur raus. Hallo! Dann nehmen wir lieber den anderen Weg. Da schien's weiter zu gehen. Irgendwie interessant. Naja. Erstmal gehen wir nach oben. Okay. In die Bibliothek. Den oberen noch. Den Teil. Okay. Entweder mitten im Schloss Hyrule Blutwohnen kommt, wäre Kacke. Ja. Das darf eigentlich nicht sein, oder? Genauso wie, ähm, nicht mitten bei nem... Ich glaube, die brauchst du für irgendwas. Mir war egal. Ja! Wow! Ist die magnetisch? Oh, ich will was machen. Vielleicht... Was? Warst du das wert? Ja. Das war jedes... Das war jedes bisschen arbeiten wert. Guck mal, er rechnet halt nicht damit. Mach jetzt die Linky-Boy-Taktics, Alter. Okay. Merkst du das? Gleich zieht er dich. Pass auf, er checkt's halt nicht. Und jetzt so... What? Wo kommt der denn her? Oh nein! Der schlägt mir ins Gesicht! Ja, genau das hat er gedacht. Ja, echt? Mhm. Verstand da? Mhm. Mit deinen Textbox. Hast du nicht gelesen? Nee. Nee. Lest nicht so auf die Textbox zum Beispiel hin? Nee. Ist schon egal, irgendwas drauf. Nee, oder? Ja. Irgendwie nicht. Das ist irgendwie ein bisschen unereignisreich hier, oder? Ja, irgendwie schon, aber da muss ja irgendwann irgendwo was sein. Ja. Jetzt schlagen wir ihm ins Gesicht. Schwache Leistung. Schwache Leistung. Pssst. Dann hat man auch nur Idioten rekrutiert. Ja, natürlich. Wer will denn sonst Anhänger eines Verrückten sein? Sonst müssen wir halt irgendwie... Also wenn das kein Hinweis ist, dass wir... Hä? Ist das ein Hinweis, dass wir vielleicht da die Metallplatte danach irgendwo gegenstellen sollen? Äh, na? Wollen wir denen entgegenstellen? Da kommen wir auch nicht weit. Ja. Ja. Bist du was drunter? Nein. Hä? Aber da muss ja irgendwas sein in der Bibliothek. Ja, oder es gibt eine Küche. Dann müssen wir einfach den Gang weitergehen und gucken, ob es hier eine Küche gibt, alleine. Wie siehst du das? So. Was hab ich nochmal gesagt, welcher Part das ist? Wurde sie nicht. Wurde sie nicht. Äh... Es ist... Es ist 47, oder? Wenn, dann 97. Ja, ja, meine ich ja. Für dasselbe. 47 ist genau dasselbe wie 97. Ey, ich bin nicht so mit Zahlen. Ja. Part 97. Part 97. Gut. Wir müssen das nicht irgendwo so teilen, dass wir das Epic Finale bei Part 100 haben. Ich glaub, das sehen alle Beteiligten ein. Ja. Weil Part 100 gegen Ganon kämpfen wär halt schon ziemlich cool, ne? Aber ihr könnt mir ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, denn als ich den ersten Kampf gegen Ganon gemacht hab, den ich dann abgebrochen habe, war ja in den Kommentaren die Frage, ob ich weitermache. Ja. Ähm. Die Frage kann ich ja einfach... Uh, einfach. Ja. An euch weiter stellen. Äh, an euch weiter reichen. Ähm. Hättet ihr denn Interesse, dass wir, nachdem wir Ganon besiegt haben, was wir hoffentlich jetzt machen, Königens 2 hin? Na, das ist dann 2 hin. Irgendwie... Ist das jetzt nicht so das Geile machen oder so neu? Ja, aber die waren da auch ewig nicht mehr. Was ist das? Ich meine, 100 Jahre lang hatte keiner sich viel interessiert. Uh! Gau! Hat der 70? Ja. Der ist halt von den Sheikah. Ach, der 70, der Schild. Ja, das ist ein Sheikah-Schild. Oh ja, ich werd nicht mehr... Der ich... Du heilige. Das ist egal. So, Königsbogen, Königszweihänder. Wir haben aber... Wir haben einfach stärkere Waffen, oder nicht? Ich weiß nicht, was der Königszweihänder hat. Lass doch mal was mit 30 ausrüsten. Da hat er mehr. Was ist denn die zweihändige Waffe, die wir haben? Die schwächste. Dritter Zweihänder. Ist besser. Ja, dann tauschen wir den... Den... Was ist denn die schwächste Zweihänder? Eigentlich das Großschwert, ne? Ja. Dann werfen wir die weg und... Gucken wir uns nochmal an. 52. 52. Haltback halt hoch. Ist in Ordnung, ne? Kann man machen. Oh, Pfeile. Ich finde es halt geil. Im gesamten Spiel findet man keine Pfeile. Aber ein Schlossheil... Ohne Mass. Oh, der Raum, der war doch mal ganz in Ordnung. Aber ich hätte halt lieber das Heiliger Schild. Ne, er kommt der Schild weiter. Ich glaube das... Ich glaube das bekommt man hier. Du hast keinen Rivali. Rivali! Komm! Tu mal was! Ist ja schrecklich dieser Kerl. Ist ja schrecklich dieser Kerl. Ist ja schrecklich dieser Kerl. Jetzt ist er schrecklich. Ist klar, ne Junge. Pass auf, da steht bestimmt der junge Gegner. Ist ja cool, wenn der Gegner steht, ne? Hm! Ist hier etwas... Was war das? Kein Kommentar dazu, bitte. Was... Kein Kommentar, bitte. War... Das! Kein Kommentar dazu, bitte. Ich glaube nicht, dass die Wand... Oh, doch. Du glaubst nicht, dass die Wand... Uh, ein verrostetes Schwer. Ist das ein Krog, oder was ist das? Rostiger Zweihände. Wow. Ist hier vielleicht... Was denn? Mist. Was denn? Ich dachte, da passiert irgendwas. Es sieht aus... Und was ist das da an der Decke? Ist das ein Krog, oder? Ne, was ist denn da? Das Krog. Hm. Süß. Aber dieser Raum, der muss doch noch irgendeine Verwendung haben, oder ne? Ne, die Gegner. Willst du die Wände kaputt machen? Ne, das ist hier nix, ne? Nur der rostige Zweihände. Hm. Hm. Und war es bestimmt nur ein Raum für den Krog, oder? Boah! Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Deswegen würde ich sagen, das Schloss Hyrule. Das können wir eigentlich auch beim nächsten paar ein bisschen mehr weiter erkunden. Yay! Vielen Dank fürs Zusehen! Und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder bei The Legend of Zelda Breath of the World. Tschüss! 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 Vielen Dank.